So, willkommen. Weiter geht's mit Happy Tau bei GTA 5. Wir haben jetzt ganze 4% von der Story bisher schon absolviert. Und eine ganze Menge Bullshit verzapft. Also rumgefahren, irgendwelche komischen Gangster gegen uns aufgebracht, irgendwelche anderen Zivilisten gegen uns aufgebracht, diverse Polizeiverfolgungsjagden absolviert, mit Autos geschrottet und jetzt geht das Ganze weiter. So, jetzt wollen wir mal gucken, wo wir am besten hinkommen können. So, was haben wir denn da? Tonja. Tonja ist mit Frauen nahe, gibt bestimmt wieder Ärger. Nehmen wir Tonja? Nehmen wir Tonja. So, also bisher habe ich diesen Multiplayer, auf dem ich eigentlich am schärfsten war von diesem Game, noch gar nicht ausprobiert. Aber, äh, der Singleplayer macht doch schon wieder so richtig, richtig viel Laune. Die Details sind aber supergeil. Also... Ach, Schnecke, heil die Klappe. Ich wollte mich hier gerade an den Lichtreflexionen in meinem schönen, alten Auto ergötzen. Begebt dich zum Abschleppwagen. Das ist doch also eine wiederholbare Mission. Na gut, wieder... Schleppen wir doch mal eine Runde ab. Komm her, Bitch. Okay, die ist voll drauf, die alte. So sieht's aber auch aus. So. Ich wollte mal der Story weitermachen. Also, Tonja werde ich gleich nicht mehr besuchen, außer ich brauche ganz dringend Geld. Oh, ja, 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 ja. Dispatch, was you got? 10-4, we got an SUV in a handicapped spot without a sticker at the Lucky Plucker in Little Soul. Do you copy? You know I don't copy. I'm an original. Yeah, we got you. JB's still sick. Man, you sure you need me? Because you look like you know what you're doing. One, I can't drive. And two, this ain't no work for a lady. Oh, you really fighting the feminist cars, dear, ain't you, Tanya? Like your aunt, you mean? I saw her fake jogging the other day, chanting some whacked-out nonsense. That bitch is crazy. Yeah, that we can't agree on. And I got qualifications, honey. Like hell you do. I got a certificate in cosmology. Dreck, you got a big piece. Oh, get to the side. Man, what are you going in the space now? You always did think you were so clever. Remember Davis High? You didn't learn shit at that school. And you got your math on the corner in Davis. The last car is around the corner. It has to be really a kilometer ride. Na gut. Gewählt ist gewählt, dann müssen wir jetzt durch. Platz da. Ups. Ich schieb dich da auf die Straße. Bitte. So, ein SUV. Und zwar genau hier. Oh, hell. Das war's für heute. Brumm, 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 lass uns die Autos wegkommen. Whatever, oh, 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 tschodjoh, 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 tschodjoh. This ain't a job for making new friends, is it? I thought you'd been into some repro work. Yeah, that's true, same shit but nicer cars. It's an honest dollar, and there ain't many of those around. An honest dollar that I ain't seen yet? Man, JB need to get his head straight. JB's going through a hard time. A hard time sitting on his ass smoking crack? I gotta keep his hours up. Word is they gonna sell the business. A new owner ain't good news. Oops, oops. Oh, da schauen wir. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, Entschuldigung, Entschuldigung, habe ich nicht gesehen. Oh, 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 oh. Schönes, schönes Auto. Ärgerlich, ärgerlich, ärgerlich. Das da haben wir so viele Autos im Weg stellen müssen. Ah, ah, oh, oh. Wow. Das Ding ist ja richtig sportlich. Oh, 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 wir wollen doch hin. Oh, ich bin durch wohl. So, hau und loslassen. I'll make it up to you, Franklin. You know I will. See you round. Tschüss. Bestanden. Hmm. Ich nehme mal ein altes Auto hier wieder. So, jetzt müssen wir mal kurz gucken. Wir wollen ja noch mal der Story hier vorankommen. Also, Simeon. Geh aus dem Weg, Alte. Geht doch. Du kriegst da sonst nix gepacken, ne? Bremse, 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 Bremse. Ne. Warum auch? Ä, 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 ä. Meine Kurve. Die fahren ja hier wie in der Statue. Also, hier in Hamburg fahren die. Ah, gut. Tschuldigung, tschuldigung. Der arme Lack. Boah, wir sind mehr Licht. Haha. Wir sind ja hier alle am fluchen. Das ist ja tatsächlich fast wie in Hamburg. Fluchen, schimpfen, drängeln, schubsen, kaputt fahren. Rum, rum, rum. Ja, ich wollte nur mal kurz den Dreck angucken. Der Dreck sieht voll toll aus. So, wunderbar. Ich stehe auf dem Parkplatz. Da kommen wir nicht rein. Schade auch. So, mach dann mal die Tür auf hier. Ich will hier rein. Mach da. Okay. Premium All. Tag nach Ressert. What? No. What are you talking about? Excuse me. Wait. That boy. I am his mentor. I am so proud of you. What do you mean a mentor? Don't worry about that. Okay, so what you got for him? James De Santa. Some kid. He is already late on his payments, and I have this bad feeling that he will do more damage to the car than we can get back from him in the exorbitant interest rate payments, huh? Just go and get it. The house is on, um, uh, Hampstead, uh, off Eclipse. It's an SUV. Some Rockford Hills Daddy's Boy Nonsense. Don't worry about it. Try to bring the car back in good condition, huh? Got you. Don't worry about it. It's so good to see you, my boy. Hey, good luck in, uh, law school, huh? So. Mmh. Mr. Kenneth, were we at, uh, financing? The financing, it seems like a shitty kill. So, wenn ich für dich arbeiten, so, nehme ich auch deine Autos. So, wenn ich für dich arbeiten, You think I am a Scammer. No, no, Slicko has got nothing to do with them. Hallo? Ja. Wunderbar. Dann wollen wir uns mal der Story widmen. Das ist doch mal ein schickes Auto. Hey, did you change your mind? When I discover that you betray me, perhaps. I hear you took the bike for yourself, my employee of the month. Listen, man, me and Lamar was gonna get that back to you, dog. Oh, I am sure. You will get this car off the daddy's boy, and then we talk. Insurance papers say they have a locked garage, so you'll need to gain access from inside the house. Man, it's never easy with you, is it, Simi? Do not talk to me about easy, you thief. Oops. Down, telefonier und drive, genau. Genau. Ich fahr von dem Flugzeugtorben abgelenkt. Entschuldigung. Da kommen wir auch wieder rein. Schalten wir gar gerne aus, okay? Schleiche dir voneinander einen Gegner, während du LT unseren Beeren, um dir das zu schlagen, okay. Also ich hab LT links tief. LT gerückt, ja, hab ich. Ja, erneut versuchen, deswegen sind wir hier. Ach ja, man kann die Leute ja trainieren, da war ja was. Da hast du aber nicht mehr klauen sollen. Über das die Fenster alle verschlossen sind. Na gut. Das geht jetzt wohl nicht. Nehmen wir den Tür. Wenn das schon nicht klappt, dann müssen wir das alles kaputt machen. Okay. Das ist einfach nur weil du eine große Geper hast, du bist. Oh, fucking homo, du bist tot. Du bist tot. Dad, er hat gesagt, ich hatte eine große Geper. Jimmy called mich eine B***. Du versuchst, mich zu knifern? Oh mein Gott, wirklich? Mein Bruder ist so ein Homus. Okay. Okay. Oh, okay. Ich denke, ich habe es geschafft. Uh-huh. Okay, Amanda. Okay, jetzt einfach nach vorne. Ah, du hast großartige Hände. Du kennst das? Nach vorne. Ja, ich kann mich daran erinnern. Ja, ich kann mich daran erinnern. Lass nie einen Tennistrainer in deine Bude. Gibt es denn noch etwas spannendes? Nein. Ja. So, ein App dafür. Äh, ja. Okay, er hat ein großes Verkaufsteil anscheinend. Okay, er hat ein großes Verkaufsteil anscheinend. Der Mann war behind auf seine fuckinge Note. Unlikely, weil mein Sohn hat gerade den Auto bekommen. Und nachdem du an das, wie du gehtst, mein guess ist, du arbeitest eine Kreditfrau. Eine Kreditfrau? Sei serisch, Mann. Ich arbeite nur die fuckingen Repos. Ich empfehle mich ein Kind, der folgt die Regeln ohne Verantwortung zu nehmen. Ja, vielleicht ein Tag, wir haben eine Bier. Und ich will erklären, wie der Welt wirklich funktioniert. Wer gibt's den Kreditfrau? Ein Auto-dealer, Frau. Mit dem Namen Simeon Yatarian. Also, dieser Geschäft, er sieht legit zu dir? Ja, Mann. Es ist nur zwischen ihm und dein fucking Sohn. Keine Worte. Ich und Herr Yatarian. Wir werden das tun. Oh, shit! Hey, Mann. Es ist Jess hier. Okay. Stopp den Auto. Pull up. Das ist das Ort? Ja, das ist das Ort, Mann. Woah. Nach dem, genau durch die fuckinge Tür. Und schnell. Das ist das. Oder ich werde zwei Räume in der Branche von dir. Und mache es selbst. Mann, du kannst nicht wirklich sein. Ich fühle mich wie ein fucking Schuss. Mann. 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 Okay, ja. Irgendwie tritt er und schlägt er alles mit. Oh. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja. Das Kind ist ein verdammter Idiot, aber du bist ein schädelter, schäfer von Schein. Das Mann aufgehört. Das ist eine Spezialfähigkeit. So, ich nehm den Wagen. Ja, ich nehm den Wagen. Ja, ich nehm den Wagen. Ob ich zum Zeitvertreib zur Verfügung fühle, nice. Meine kleine Amanda hat angenommen. Ein bisschen machen wir noch wenn nicht und zwar Ziemlich voll hier Fährt sich schon gut Alleine hier durch die Gegend zum Cruisen machte doppelt die Laune Jazz verfahren und bam 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 und so Und die Partikel zu den nächsten sieht auch total cool aus Wow Ups Fahrzeug speichern indem sie sie in der Garage Parks wunderbar Ich hätte dieses Fahrzeug jetzt gerne in der Garage Ich krieg das Fahrzeug nicht in die Garage Okay gut dann lassen wir es nochmal reden Ja ich glaub das wird ja auch mal eine rauchen Ein Scotch Und ein bisschen Musik Ich kriege Wow Ja 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 you become a three-bit gangster it's bullshit go to college you can rip people off get paid for it so what I saw the other day was like when a corpse briefly reanimates itself and terrorizes everyone right what you saw the other day was a guy dealing with pests I guess I never saw myself as just a fucking pest well in today's lessons all about humility tomorrow we try a training montage a training what I was just lost in an 80s movie fantasy yeah I can see you spend a lot of time near much as I can so that's why you can buy with me right maybe I'm here because I'm just an idiot things that imported palm trees are a good substitute for not really knowing what the fuck you're doing on this earth Jesus man you a good time you know that I'll tell you what at least I can do is buy you that beer there's a little bar I like it's not too far from here let's go all right me I'm following you we're taking my wife's car hey Jim I'm going for a drink dad shit I mean our boat going down the western highway it's it's been stolen what the yacht's been stolen I was trying to sell it I know you didn't want it sold but I need money and they don't want to buy it they just want to take it I'm hiding in the head you're insane all right I'm coming for my boat for my boat aber nicht for the same change of plans my darling boy is in trouble so wunderbar an der stelle werde ich hier aber auch erst mal wieder etwas feiern machen weil der abend sehr gut fortgeschritten ist und ich so langsam doch ja und so geht die nicht auf hallo genau getreten ist auch nicht also hier der cut beim nächsten mal gibt es dann die mission mit dem verschwundenen boot und ich wünsche euch noch viel spaß ich hoffe ihr hattet ein bisschen spaß hier zuzuschauen es ist nach wie vor total chaotisch und ich glaube das jetzt kann ich ändern ich mag zwar dieses spielte sehr gerne aber ich bin einfach total chaotisch ich weiß nicht mit dem autofahren ich finde es einfach nur cool irgendwie andere autos wegzuräumen die passanten wegzuscheuchen man muss halt aufpassen dass ich nicht immer mit der polizei so viel ärger habe sonst kommt mit der story gar nicht hinterher also an der stelle sage ich danke fürs zuschauen wir sehen uns hoffentlich beim nächsten mal wenn es wieder heißt happy tao ist bei gta los santos unterwegs und fährt hier wie so ein geistes verrückter durch die gegend bis dann tschau tschau happy tao